So, das ist wieder bei American McGee's Alice Vargates. Wir müssen unserem Freund von und zu Gruppenbums hier weiter folgen. Und was zur Hölle, was ist denn los? Alles in Ordnung, kein Problem. Dieses Christ. Atme doch einfach den Scheiß ein, der da aus seinem Hintern rauskommt. Ich weiß, das klingt komisch, aber mach's. Glaub mir. Das rettet dein Leben. Okay, äh, ja. Wir haben natürlich nicht unendlich Luft, also müssen wir gucken, dass wir nah an ihm dranbleiben. Weil ich mich nicht erinnern kann, ist nämlich genau das eben die Luft, mit der wir überleben können. Oh Gott, Steine. Und für alle Perversen, es tut mir leid. Man kann hier nicht unter den Rock schauen, wie man hier eindrucksvoll sieht. Das haben die Entwickler ganz voll gelöst. Lass mal einen Kreis da unten dran machen. So sieht's doch bei allen Frauen unter den Rock aus, oder? Warum habe ich das schlecht informiert? Ich weiß ja nicht. Au, au. Nein, 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 wirst du wohl... Wirst du mir wohl das Meta-Zeug geben? Meta für Beta, hallo? Sagt der Name doch schon. Ah, du auch noch. Ja, oh Gott, nicht festhängen. Bitte nicht festhängen. Das ist ganz blöd jetzt. Ganz, ganz blöd jetzt. Und da von diesen Dingen sollten wir auch nicht wirklich nach oben getrieben werden. Könnte böse für uns enden, denn da oben sind Spikes an der Decke. Okay, ist ja ganz in Ordnung. Sonst im Schauen, dass ich, wie gesagt, nicht so weit wegkomme von dem Kollegen. Speichern mal kurz an der Stelle. Oh, fuck. Dass du auch keine gerade Linie schwimmen kannst, Mann. Was zur Hölle. Fuck you, Penisfisch. Du bist auch auf den Kopf gefallen, mehrmals. Und ich wahrscheinlich auch bei der Geburt irgendwie dreimal hochgeworfen und einmal gefangen. Einmal dachten sie, okay, hey, lass ihn mal hochwerfen. Yay, mein Sohn. Dann beim zweiten und dritten Mal so, hey, lass mal Gruppenbums da nach oben werfen und gucken, wie hart er fällt. Wo bist du denn hin? Es tut mir leid, es war ein Witz. Komm zurück. Oh, shit. Dude. Oh, Gott. Ja, das ist blöd. Das ist jetzt, by the way, extrem blöd, wenn ich ihn aus den Augen verliere. Deswegen habe ich nämlich gespeichert. Ich sollte keinen Joker über dich machen. Es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid, okay. Ich bleibe einfach nah an der Dran von mir aus. Wo bist du denn du hingeschwommen, verdammt? Er geht mir aus den Augen, Fisch. So, au. Fuck. Er ist einfach direkt weiter geschwommen. Na gut, okay. Das ist dann blöd für mich gelaufen, würde ich sagen. Ich folge ihm einfach mal indirekt. Nicht so ganz direkt. Was tolle ist, in dieser Folge müsst ihr euch nicht mal das Wasser vorstellen. Denn hier gibt es verdammt viel Wasser. Wasser für alle. Äh. Okay. Das krieg ich auch noch mit. Warum eigentlich nicht? Die Schildkröte weiß schon, wo es lang geht. Wo es nicht da lang. Holy fucking crap! Okay. Kollegen Fisch hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Radar. Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. What? Die Gefahren unter Wasser. Ah, sehr gut. Hier hin müssen wir. Da scheint es auch nach oben zu gehen erstmal. Sehr, sehr gut. Willkommen bei der trockenen Landung. Und trockene Landung klingt gut. Klingt wie Boden unter den Füßen. Auf dem wir laufen können und nicht unbedingt schwimmen müssen und ertrinken könnten. Oder? Schauen wir doch einfach mal. Ah ja. Urlaub. Rausgeschleudert werden. Führer zu Ende, was du begonnen hast. Du bist nur zu Besuch. Wir müssen hier leben. Ich bin hier auch nicht im Urlaub. Und ich bin nicht undankbar. Du bist ein ehrenwertes Reptil. Ich bin was? Ich Glückspilz. Unter Wasser wirst du ehrenwert erkennen. Halleluja. Halleluja. Ich bin ein ehrenwertes Reptil. Habt ihr gehört? Gruppenbums ist mein Freund. Okay. Gut, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen weiter um. Geht's nach oben? Machen wir direkt hochklettern. Weiß mal nicht, ob es da oben bis auf das Meta-Zeug wirklich was gibt für mich. Sind sie da schon wieder mit ihren scheißen Mörse-Eicheln? Komm schon. Ah, nein. Das sind die Kollegen Ameisen da unten. Kann das sein? Wo seid ihr hin? Nein, doch nicht. Gelogen, es war doch ihr. Wusste ich's doch. Also, meine Ameisen-Freunde. Ja, geh baden. Das ist okay. Passt schon. Stört mich nicht. Kannst da unten bleiben. Du brauchst nie wiederkommen. Vermisst dich auch gar nicht. Tschüss. Oh, oh, fuck. What? Fuck you. Machst du das? Was auch immer du da in der Hand hast. Get down. Jesus Christ. Und die Merso-Typen auch noch. Oh, schön. Schön. Keine Power mehr. Na gut. Lass uns schnell weitergehen. Dass wir die Power hier gar nicht mehr brauchen. Oh, what? Was war das denn? Das war auf jeden Fall nicht, dass es gibt. Ah, was ist denn? Holy shit. Holy shit. Warum hänge ich an diesem Blatt fest? Probieren wir es aber nochmal. Was war das gerade eben? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Was auch immer. Ich kümmere mich erstmal um die Vieh hier da. Die Sacke, die da von oben irgendwas auf den Kopf ballern wollen. Nicht cool. Nicht cool. Ja. Nummer eins. Kollegen kannst du auch gleich Bescheid sagen, ja? Oh Gott. Jawohl. Oh Gott. Das hat mir nicht gereicht. Mann, gebe mir mein Messer. Gerade wäre es schon geil. So. Ciao. Super. Okay. Ich glaube, der zweite Typ mit den Eicheln hat sich jetzt verpisst und holt seine Bros. Ohne Scheiß, Mann. Solche Typen seid ihr. Könnt nichts ohne euren großen Bruder mal hören. Nicht ohne euren großen Bruder. Dann bring ihn doch her. Dann verprügel ich den auch noch. Ist mir doch egal. Hat dich so hart schlagen, dass seine Mutter noch ein blaues Auge davon hat. Glaub mir. Jesus Christ. Okay. Was hat gesessen? Au. Was hat gesessen? Und da ist er schon wieder zurück. Da ist er schon wieder zurück. Bleib da, du Sucker. Du holst dir keine neue Eichel. Und er holt sich eine neue Eichel. Ja, wunderbar. Jawohl. Und das Messer. War kein Shit. Dude, nein. Aus. Uncool. Geh drauf. Was zur Hölle. Fucking aggressive Fische, die wir hier haben. Extrem aggressive Fische. Ja, ich werde, jetzt weiß ich auch, woran ich gestorben bin. Es war nicht nur das Blatt, es war auch die Säure dieses Fisches. Okay, lass mich schwingen. Schnell. Oh, Goddammit. Das hat nicht gereicht. Das ist jetzt blöd. Ich habe auch ganz ehrlich, keinen wirklichen... Lass. Nimm die Zunge aus meinem Mund, ist ja furchtbar. Wir kennen uns doch gar nicht. Hier für Vorstellungen, wie ich drauf bin, ich weiß ja nicht. Mal schauen, dass man da rüberkommt. Verdammt nochmal. Super. Na, hopp. Na, auf dieses Blatt. So. Wenn wir jetzt darüber schwingen, dann sollten wir da hochkommen, irgendwie. Na. Bin mir noch nicht so ganz sicher bei der Sache, aber irgendwie klappt das schon. Jawoll. Das hat doch funktioniert. Sehr schön. Können wir weiter nach oben gehen. Hier gibt es noch einige Seile, an denen wir entlang schwingen müssen. Seilschwingen ist immer so eine Sache in dem Spiel. Oh, Gott. Fuck you, Rose. Das war nicht, warum die alle Leute so toll finden. Das ist voll stachelig und so. So wie ich, wenn ich mich drei Wochen nicht ausirre. Ha, ha, ha. Bounce. Sehr gut. Ich habe Spaß. Alles in Ordnung. Äh. What? Sehr höher. Ne, wir müssen auf dieses Bouncy-Ding. Um dann an das Seile heranzukommen, habe ich recht. Oh, fuck. Genau deswegen habe ich gerade ihn gespeichert. Weil ich nicht mehr wirklich weiß, wo ihn mich dieses Ding dann letztendlich feuert. Ja, die ganze Zeit, wo ich ran will. Da ist der Hase. Habt den gesehen? Habt ihr diesen Sucker gesehen, wie er auf uns wartet? Jawohl, das war gut. Ich bin ja gleich da. Guck nicht so grimmig. Ist ja in Ordnung. Du hast ja aber Zeit gelassen. Ey. Wieso das denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Prügle nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Riecht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib dicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich. Und die Zeit ist knapp. Ah, okay. Klingt nach einem Plan. Ich weiß, warum sie so weise ist. Der Shit, den die Raupe raucht. Holy Crap. Raupentastisch. Fuck you. Oh man, fuck you. Ganz ehrlich. Kannst du mir mal nicht eine Sekunde geben? Nein, nein. Scheinbar nicht. Wunderbar. Ich muss das Messer herhalten. Komm schon, komm schon. Hier bin ich. Au! Das galt nicht für diesen Mörser-Sucker eigentlich. Aber okay. Bisschen Energie hier. Wenigstens mal mitjoinken. Fucking Crap. Dass die Raupe in so einem dummen Bereich leben muss. Wie gesagt, hier gibt es halt auch nicht so viel Meta-Zeug für mich. Worstens halt so was von den Gagern. Ich brauche eben auch sehr viel mit diesen Suckern hier. Bleib doch da, Mann. Wieso mehr auf die Eier gehen, wenn sie weggehen? Kannst du dich einfach mal da bleiben und sterben wie ein Mann? Oder wie ein Käfer? Sehr gut. Ich höre dich schon wieder. Oh, oh Gott. Oh, nee, oder? Auch da daneben. Shit. Jetzt hat ich mich jetzt mal um den da kümmern. Ich finde ja nicht, dass es ein bisschen unfairer Kampf ist. Können wir in Broda oben mal aufhören. Holy fuck, okay. Lass uns weitergehen. Wir hören ja, wenn er wieder ankommt. Und dann kann ich immer noch einschreiten. Und ihn verprügeln. So wie sie es gehört. Das ist aber schon wieder. Wo ist er? Ah, von da kommst du dieses Mal, ja? Denkst du dich nicht. Hängst du da fest? Das finde ich geil. Ich kann ihn aber auch nicht treffen. Deswegen ist es nicht so geil. Okay. Lass uns weitergehen. Kein Scheiß, der hängt da fest. Ja, ich meine, gut für mich. Das hast du davon. Das hast du davon, wenn du fremde Leute mit deiner Eichel triffst. Hahaha. Oh Gott, das klang ultra falsch. Man sollte fremde Leute nicht mit seiner Eichel treffen. Man sollte vorher fragen. Das ist ganz wichtig. Immer, immer, immer vorher fragen, wenn ihr sowas machen wollt. Wenn ihr sowas stetisch ist. Messer für dich. Messer für mich. Messer für dich. Autsch. Shit, man, wie viele sind es jetzt? Das ist echt der Wahnsinn, wie viele von diesen Typen hier rumrennen. Jawoll, guter Wurf. Sehr guter Wurf. Ah, what? Wer bist du denn an dich, kann ich mich erinnern? Sieht aus wie eine Headcrab aus Half-Life. Fällt mir das denn erstmal auf. Mal sehen, wie lange ich brauche, um den Stein zu töten. Scheinbar kann ich den Stein töten. Der Stein kriegt Schaden. Es kann sich nur um Tage handeln, so wie es aussieht. Okay, wisst ihr was? Lassen wir den Stein in Ruhe. Das ist mein kleines Problem hier gerade. Ich muss bouncen, bouncen und nochmal bouncen. Okay, da komme ich. Oh Gott, wo komme ich da hin? In den Tod. In den Tod. Okay, Moment. Ich muss gucken, dass ich da rüberkomme. Und zwar... Oh Gott, das ist noch fast zu weit. Alles gut. Okay. Ich glaube, das ist der Weg, den ich weitergehen muss. Wie gesagt, der Wald ist schon ein bisschen gefährlich. Also das ist nicht hier so... Das würde einfach ohne Probleme... ...kürz rüberjoggen können. Ich meinte mal ganz kurz. Wie klettere ich da nochmal hoch? Ich kann da auch irgendwie hochklettern. Äh... Nur die Verrückten setzen Schmerz mit Erfolg gleich. Katze? Kannst du mir sagen, wie ich hier hochkomme? Nicht so wirklich, ja? Ha! Da muss ich mal ganz kurz die Tastenbelegung anschauen. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht, wie ich da hochklettern kann. Abwärts... H... F... Okay. Gibt's auch... Aufwärts... Können Sie gerade das C... Verwenden... Kau-Perspektive... Ha! Nicht so wirklich, ja? Jetzt bin ich auch nicht wirklich schlauer als vorher. Ah! Ja, okay. Mit der Benutzentaste war's. Ich wusste, irgendwie könnte man klettern. Gut. Wieder was gelernt. Sollte ich mal merken. Hat bisher noch nicht so wirklich... War bisher noch nicht so wirklich nötig, aber... Sollte ich schon... Oh, fuck! Okay. Sollte ich schon schauen, dass ich... Das ist fucking... Oh! Mysterie? Mysteria! Okay. Lass mal ein paar Hörner wachsen. Oh, das ist ein Mustache. Ein Pixel-Mustache. So. Dann jucken mich die Typen nämlich auch absolut gar nicht. Können ich hier einfach durchlatschen kurz. Komm schon. Aufdauern. Hier ist auch down. Ah, fuck, fuck. Sehr, sehr gut. Oh. Okay, hey. Hat uns doch immer ein bisschen Weide gebracht. Hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Sehr gut. Hör ich da die Uhr ticken von dem Hasen. Oh, der Hase ist. Stirb! Mein Gott. Okay. Bounce. Und bounce. Oh, fuck! Echt jetzt? Drecksrose. Du dreckige, schmutzige, eklige Rose. Ich werde wiederkommen. Und es wird grausam sein. Warte mal, wozu alle komme ich her? Muss ich da lang gehen, glaube ich. Muss ich da lang? Ja, ich muss da lang gehen. Zwei Typen mit ihren Eicheln. Das ist nicht so mein Stehtisch. Beziehe dich. So. Eichelfreie Zone erst mal. Na, oh Gott, dann wird es von niemals alt. Und... Waffe. So. Ich will die Waffe da hinten. Ich muss da zwar nicht hin, aber da hinten liegt, soweit ich weiß, nämlich noch eine Waffe rum, die ich einsammeln kann. Die hätte ich schon ganz gerne dann dabei. Jawohl, jawohl. Oh, fuck, die habe ich schon. Jesus Christ, die habe ich ja schon. Das ist einfach nur... Weißt du, was geil wäre, wenn du mich freilassen würdest? So, wo ist die denn? So. Teufel werde ich tun. Also, der Teufel wird es für mich tun. Ja, so rum. Fuck you, Pils. Ohne Scheiß mal. Was? Die Rose hat den Teufel getötet? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für eine Rose? Okay, da ich jetzt weiß, dass es absolut keinen Sinn macht, gehe ich einfach gleich weiter. Ich dachte nämlich, das wäre eine neue Waffe. Nope. Nicht so wirklich. Bauen sie mich dorthin. Ah, don't give a fuck. Verziehe dich. Ne, ne, ne. Da werde ich mir den Stress nicht geben. Und hopp. Da geht's nach oben. Warum muss die Raupe am entlegendsten verdammten Teil dieses Waldes leben? Shit. Hat mir nicht gereicht. Komm schon. Was ist da los? Was ist da los? Ey, und dann kommt er wieder. Nervtötende Biester. Aber man hat wirklich keine Zeit. Oh Gott, man hat wirklich keine Zeit, hier in dem Wald irgendwie mal ganz kurz auszuspannen. Falsch. Da kommen schon die Nächsten. Muss ja noch gucken dann währenddessen. Muss ja dem Tod in die Augen schauen. Und tschüss. Nein, die kriegen wir halt mit einem Messerwurf runter. Das ist halt das Geile. Wie gesagt, für die Rose brauche ich zwei. Alter. Wat? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alice, nein. Das ist mein Tod, deswegen lade ich gleich nochmal neu. Und tschüss. Okay, Leute, ich würde sagen, ich räume hier erstmal ganz kurz diese Eichel-Fanatik aus dem Weg. Und dann schauen wir uns den Weg zur Raupe beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Wir müssen gucken, denn hier schwirren noch einige andere rum. Du musst vorsichtig sein. Und dass wir endlich mal ankommen bei der Guten. Bei dem Guten vielmehr. Ist er kein Mädchen? Nein, 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 die Raupe ist kein Mädchen. Fuck, okay. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.